Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Partner. Ja, Replicant, dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Ne? Wir sind mal wieder an einem gewissen Punkt angelangt. Hoch, wo ist den Adlerhorst? Ah, Adlerhorst, ne? Ja. Genau so weg wie meine, äh, wie mein Sprachvermögen. Meine, ähm, Möglichkeit mich zu artikulieren. Genauso gar nicht. Ne? Aber hey, wir haben ihm hier gesagt, er soll nicht zurückblicken, also schauen auch wir nach vorne. Äh, wir können nach dem Brief gucken. So, komm mal her. Komm mal her, großer hier. Sie haben Post. Ui. Ui. Ja, wir kommen ganz schnell durch. Ja, ist aber auch nicht so allzu verwunderlich. So ohne die ganzen Nebenquests und hast du nicht gesehen, ne? Ach, ich wollte ja gar nicht zu links, ich wollte ja zum Briefkasten. Warum? Ich sag eben noch, er will zum Briefkasten und läuft dann zu Popola. Nice. Das ist schon automatisch. Ja. Dankeschön. Und läuft dann trotzdem da hoch. Einfach Angewohnheit. So. Schauen wir mal, ne? Na gut, komm. Ist zwar nicht notwendig, aber man nehmen wir jetzt mal trotzdem, ne? Kleinen Weg hier. Ja. Das hätten wir. Das hätten wir. Das war eigentlich auch mal hier, ne? Den haben wir eigentlich. Oh, wow. So. Jetzt sind wir wieder voll. Ach, der ist noch ein Knopf. Entschuldigung. Da hab ich mich im Knopf geirrt. So, dann wollen wir mal zu ihm hin. Ja, er hat schon eine Sprechblase über seinem Kopf. Er will definitiv was von uns. Hi. Hey there. Mal wieder. Ja. I need to act. Oh, yeah. I want you. It's my mission. I don't care. Ja. I don't care. I don't care. There's a shade yet. And what a... We're gonna... Und tschüss. Gut, dann gehen wir mal runter und machen den platt, ha? Aber wir nehmen noch ein paar andere Dinge mit. Obwohl. Ah, sonst bin ich ja immer ganz durchgegangen. Aber ich glaube, wir können diesmal so durchlaufen. Weil, wie gesagt, bringen tut's mir nicht, wenn ich alle Waffen auf 100 hab. Wir sind echt schon stark genug. Und... Für ein gewisses Ende ist es sogar... Ja, wäre es dann sogar ärgerlich, wenn wir dann alles auf 100 hätten. Dann... Also nicht auf 100, aber ne? Und dann, ähm... Ja. Das dann nichtig wäre. Bedeutungslos. Weil bei dem einen Ende passiert halt was, ne? Aus dem Originalspiel und... Ja. Wenn ich wüsste, dass wir alles behalten würden, dann würde ich sagen, ja, okay. Ähm... Aber da ich das Ende kenne... Also, was heißt kennen, aber... Ich kenn die Prämisse dahinter, hinter dem Ende. Und ja. Ist das halt, ne? Hm? The elder brother postponed his joy for the sake of his sibling. Do you think he was ever truly happy? Just making his little brother happy would have been enough. That's what being an older brother is like. Hm? Oh! Hab ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Ich war grad irgendwie... So, warum geht die Tür nicht auf? Schon der Linie hat die Bomben. Oh, warte mal. Ich mag die Musik. So. Das nehmen wir mal mit. Eigentlich auch sehr, mich, aber... Nö, weil... Wie gesagt... Ach, weißt du, das ist eigentlich dämlich. Sie brauchen es halt wirklich nur, um die Waffe zu verbessern und... Ja. Ich kann eigentlich auch erst mal durchführen. Weil... Ja. Ne? Wie genannt. Entschuldigung, danke. Entschuldigung, danke. Wie gesagt, das ist halt eigentlich... Ne? Ab dem Zeitpunkt nicht mehr so... Wichtig, dass wir die... Aufwerten. Ne? Na ja. Aber wir wollen uns dadurch den Spielspaß mitnehmen. Na, ich mein... Es ist trotzdem ein großartiges Spiel. Moment, ich mein nochmal. Das ist ja nochmal, Umi. Oh, oder weißt du was? Du kommst so weg. Ich bin hier rüber. Moin, keiner. Okay. Unsere Angel-Expertise. Und weg ist er. Ich kann einfach nicht alles. Ich muss trotzdem immer alles mitnehmen lassen. Ich kann nichts liegen lassen. Mein Mensch, wenn er da liegt. Wen schon da liegt. Warte. Ähm. Ja. Könnte gleich hier durchgehen. Ohne Umschweife. Ja. War ja was. Ja, wir sind halt auch schon okay, ne? Also, mehr Level brauchen wir halt nicht, weil die sich ja auch nicht anpassen, ne? Also, bei Genshin Impact, da hätte ich gesagt, okay, gut. Es lohnt sich trotzdem, weil alles sich ja auch, wenn man selber stärker wird, auch stärker wird und sich anpasst, aber hier werden, die Gegner sind halt auf dem gleichen Niveau, wie damals, als wir das erste Mal durchgelaufen sind und wir aber nicht. Deswegen, wir sind schon immens stärker als die. Das einzigste, was man anwenden könnte, okay, dann könnte man halt die ganzen Achievements holen, von wegen den und den Gegnern so und so viel Zeit, ähm, hinkriegen und so, aber ich bin kein Achievement Hunter. Das können andere machen. Ich will einfach nur das Spiel genießen und die Enten haben. Alle. Enten haben. Weil ich neugierig bin und wissbegierig und ich möchte es einfach mitnehmen. Gerade bei so einem großartigen Spiel wie dem hier. Ich will das halt einfach wissen. Nein, ich will das wissen. Mich kehrt es schon, äh, gerade die ganzen Szenen, die man halt vorher beim ersten Lauf nicht gesehen hat. Ne? Das ist halt alles sehr interessant. Wie das alles zusammenhängt, wer alles zusammengearbeitet hat und wie und wo und warum, äh, das ist halt, ne? Ja, ich weiß. It's right. Are you beats, go? Ja. Speichern von Arma. Nö. Und rein mit uns. Huiiii. Ja, ich lass es trotzdem mal jetzt durchlaufen. Ja. Hi. Lass uns gehen. Und er so, ja. Und wir so, nein. Du haust nicht ab. Ja. Ja, aber so noch ganz... Er, ne, nicht gut geht. Warte. Warte. Und ja, wir könnten ihn bestimmt schneller besiegen und alles. Nö. Nö. Noch mehr ein Mann p immense. Ne? Es ist ein Schade. Es ist ein Schade. Ja. Killed ihn. Killed ihn. Be the hate inside you. Ja. 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 Wie sehr viel Rotverwandlung. Hättet ihr die nicht mal gebraucht. Das ist einfach ein modisches Accessoire. Aber vielleicht hinten die Turbinen schon, ähm. Aber... Na komm. Ich hab gar nicht Mut bekommen, dass wir doch schon so viel rausgehauen haben. Eww... Eww... Escapa! 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 Go! See the world! Err! 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 Ruck! Err! der aus unserer riesen Klinge raub einschlägt. Tja. Lief wohl nicht so gut. Ja. Lief wohl nicht so gut. Kallium. Together. Bebe. Alone. Bebe. Cry. Hm. Du... Du schlusser Maschine! Du hast meine Familie! Du hast alles von mir genommen! Hey! Why did you have to... Ha 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 ha! Beautiful! What a perfect example of Humanität! Tja. Hey, come on! Ha 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 ha! Just wait! Just leave it! Look, we get it, okay? Tja. Nur er nicht. Er ist dem Wahnsinn halt komplett verfallen. Hm. Hm. Maybe it's just all his... Revenge is a fool! Yeah! Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zu Popola. Weil wir haben ja jetzt ein paar, ne? Ja. Dann ist sie ja gar nicht mehr so weit bis zum Ende. Fährt mir grad ein. Oder auf. Ich glaub, wir brauchen nur noch den, äh... Nur noch den Cerberus, oder? Oder hab ich da noch was verpasst? Nee, ich glaub, wir brauchen nur noch den Cerberus. Oder? Ach, ich krieg noch ne Cutscene. Ja. Doch, leider. Ach, Emile, du bist so süß. Äh, nein. Da, Bolchen. Ja. Jetzt wird halt wirklich nur noch der Servus. Das heißt, eigentlich nur noch die Hochzeit. Und dann, äh, Endkampf. Ja, das ist... Oh, nein. Lass das doch mal. Danke. Ziemlich schnell. Wieder beim Ende. Ja, und halt die ganzen Katzen-Sympfone. Ja, ja, je besser wir werden, desto schneller sind wir halt durch. Naja, wir gehen. Wie gesagt, wir sind eigentlich auch... Ne. Anderempel tue ich die trotzdem. So. Dann wollen wir mal. Quatschen wir mal eine Runde, nö? Zieh nochmal einen Brief aus dem Briefkasten. Dass wir zum Hochzeit eingeladen sind. Nö? Nö? Die Haus in der Stunde. Nie. Ach. Okay. Hey, Pope. Ach nein, da war ja noch was. Entschuldigung. Den hab ich komplett vergessen. Den hab ich komplett vergessen. Da war ja noch die Geschichte mit dem Fährmann. Ich war irgendwie schon viel, viel weiter. Oh, ein Küken. Ein Küken. Stimmt, da war ja was. Okay, das müssen wir noch zuerst machen. Ja, an mir schon. Deren kleines Projekt. Was sie da am Laufen haben. Da war ja was. Hm. Warum wohl? Na ja. Come. Ja, leg den mal wieder hin. Wir machen das schon. Ja, und die ganzen Cutscenes, ne? Das muss ich mir kurz ansetzen. Au, au, au. So. Da ist sie ja. So, dann einmal hier. Ich weiß. Gut. Ja. Nicht wirklich. Es ist nicht so, als könnten wir uns das nicht leisten, ne? Aber unsere Pflicht geht vor. Ja. Na, wo ist die Idee? Ja. 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 Tja. Zu seiner Verteidigung war er jetzt auch nicht so offensichtlich, ne? Hier. Tja. Humanität. Das ähnlich. Finsch. Hey there. Well, you're coughing. Check it out. Oh. Ja, verschluckt. Oh, okay. Hmm. 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 They're nice. Yeah, I know. Oh, hey. You're related to. Yeah, he's my shame. Not a clue. Oh, that's oh, but the last time I did see him. He said I guess we could have just one. Hmm. Let's go, Mama. Oh, that's it. Oh, that's it. I only pray this is not the calm before some manner of storm. Oh, that's it. What do you think, Mama. mit war du sei der lad have you ever penned a missive you mean a letter no I'm not big on writing it always takes me forever to figure out what I want to say what's to figure out one simply takes quill in hand and unleashes their soul upon the canvas of the page ganz langsam nein wirklich wir laufen wieder und das gespräch nicht unterbrechen wenn wir haben es schon tausend mal gehört aber muss ja nicht sein und da ist die rote tasche hey where'd you get that found it on the ship did you you kids are so do any who it's good to see you afraid I don't have any bread here let me tie it in your hair well what do you think huh what oh it's a mirror if you go what's wrong I see guess your eyes are pretty sensitive well it's not like we should work on getting you out of here so you and me can go look at the sea together da hat er ja aber ein fluh ins ohr gesetzt naja da hat er denn da muss man genau erst mal zum postamt hey post I'm sure I just anyway you know still I find it any idea was that is the actually you not off in some gut das ist immer alle von dem von dem post menschen da die die dings übernehmen in den job übernehmen wenn er mal nicht da ist ne wenn hier irgendwie mal der mitarbeiter des monats vom post office nicht da wäre wäre der post office zu aber witzig kann andere reinstellen und so oh ich mal eben was wrong you have well then yeah humming a jaunty tune songs are like uh I love them I mean not that I oh your voices but you're actually you know I knew someone who she used to hum this I heard it every time I stopped by of course that what hey you're hey you're hey you're what's wrong nothing it's just a shade in mhm is not nothing is not nothing is not nothing is not nothing schon was a shipwreck is it ja immer gut speichern soll ich mal kurz nach der zeit gucken weil ich irgendwie gerade da so ein ganz komisches zeitgefühl ich hatte trotzdem ganz komisches zeitgefühl naja ja wissen wir na komm na lass uns mal das gehör besiegen mitnehmen jetzt schieben ich habe ja ich habe ich habe geschehen ich habe Ja, wir wollen reingehen. Ich mag die Musik einfach viel zu gern. Ah, nicht ganz. Aber man erkennt jetzt Farben. Nee, nee, Blut. Und da ist Blut. Glaub mir, bei der Periode kommt nicht so viel raus, dass da so ein großer Blutfleck entsteht. Na dann, bis nachher. Ja. Ja, wir haben eine schwierige Zeit, wenn wir eine kleine Blutfleck enthalten haben. Ja, wir wissen, wie wir in Leeds sind, lassen wir die Suche beginnen. Und da ist noch so... Und weg isse. Oder sie seht ihre Geheimgänge. Nein. Ja. 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 Ich bin unterwegs. Okay. Okay. And then the light, the winder gives off makes me feel I don't know safe somehow. And then I'm the romantic. Looks like it says the ship was, it seems like the price do you think. I cannot say. So? Ja, ich bin nur ein bisschen... Ja, ich bin nur ein bisschen... ...hier zu gehen. ...hier zu gehen. Ich kann mich nicht sehen. Ich kann mich nicht sehen. Ein Lantern hat weggekommen. Hm? Das ist das... ...Wise, das ist es! Ich muss nicht mehr laufen. Ich bin nur gesprungen. Hm. Schade. Naja. Schade. Naja, mir. Daraus wirkt nichts. Heute ist ein Gefäß. Okay. Mama. Tja. Na dann. Und dann noch den Kampf und dann können wir so langsam, ne? Dann ist es so langsam. Mhm. Guck doch alleine auf die rote Tasche. Das hat niemand mitbekommen, was sie die rote Tasche trägt. Hey, so the girl I brought a bunch of, well, how exa- Sorry, so- Stay the hell away from her! She isn't- Mhm. Mhm. Tja. Juhu. Na komm. Ja, ich weiß. Ja, komm, spring raus. Ich will. Ich bin ruhig. Na komm. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich kann aufbauen. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ja! What on earth? Tiens. Why isn't this shade being hurt by the sun? That is not precisely the case. It most certainly is being burned by the sunlight. However, its regenerative abilities far outpace whatever damage the light is able to inflict. This light, something is coming. Get out of the way at once. Oh, listen. It's singing. This thing actually thinks it's a person. I don't know where the singing lessons came from, but I do know it's sure as hell trying to eat us. Aim for the tentacles with faces on them. Don't stop now. Focus on the next one. Nobody can ever help me! I see all the people who's ever trying to see! I see all the people who's ever trying to see! I see all the people who's ever trying to see! I see all the people who are trying to see! I see all the people who are trying to see! What do we stay to share? Put your strength in the shape! How sad. How precious. Now is our chance. Attack with all that you have. Oops. Not. How about no? Oh hell. That thing's huge. To think it could recover from such a grievous wound. Ordinary attacks aren't gonna do shit against this thing. We'll just have to up our own attacks to match. You get its weakness by now, yeah, Sunshine? Well then, get to carving this bastard up before we're all dead! I know, damn it, I know. The core of this thing is in the mouth. We need to get up there. Are you serious? Um, but how are we supposed to do that? Instead of wasting time running your mouths, how about you keep attacking the damn thing until it falls over? Hey, the guy from before has collapsed on the beach. That Shade's got some kind of heart on for it. We should take him hostage. Shut your ass. I'm not in the business of using my blades on people. I think it's working. It's concentrating tremendous magical energy into its head. Attacking it may cause the power gathered there to discharge. Now's your chance. Run, lad! Attack the part of her that looks like a girl. Watch your step, lad. Do not tumble into the sea. Okay. The Shade's core is inside its mouth. Hurry! How's this noise? Why are you trying to stop me? All of the fire is to be here now. Shit. Shit. Damn it. Shit. Stopped all the way. That's new! Shit. Shit. Was tough Savior! I thought I was too owed so many people time as you lose. Huh???? Und ich musste ihn nicht mal benutzen. Also den Postboten. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Hier. Jetzt ist er auch ein bisschen mit der Zeit rüber. Hm. Hm. Naja, ist ja nicht ganz so gelaufen wie. Beim letzten Mal. Ja, wir sagen ihm die Wahrheit, ne? We tried to... No, I think I... Sorry, ich muss ein bisschen abkürzen. Aber wir sind schon drüber. Na komm. So, aber... Wir speichern und beenden den Part. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye. Weiss! You dumbass! Start making sense, you rotten booker. You're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord. I love you, Shadow Lord. Come over here and give Weiss a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking how he needs to hear. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking with me. Amen. 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 Amen.